Frierende Obdachlose dürfen jetzt in Wien kostenlos ins Bordell. Seit elf Tagen hat uns die sibirische Kälte fest im Griff und auch am Wochenende bleiben uns die beißenden Minusgrade erhalten. Viele Notschlafstellen platzen aus allen Nähten. Ein Bordellbesitzer in Wien hat daher jetzt seine Zimmer für Menschen ohne Dach über dem Kopf geöffnet. Wo sonst zahlungswillige Männer ihr Glück bei Prostituierten suchen, darf seit Dienstag der Obdachlose Mamedou Rustam aus Tschetschenien übernachten. Ein ungewohnter Luxus, denn seit der Flüchtling Arbeit und Wohnung verloren hat, schläft er im Bahnhof oder in Notschlafstellen. Das ist die beste Möglichkeit, was es gibt, hier. Einige Zimmer, einige Bett, einiges Duschen, dazu gibt es eine Mahlzeit, gibt es alles. Super. Sexuelle Dienste sind nicht inkludiert. Die Geschäftsräume sind für die Obdachlosen tabu. Zehn Betten stellt Peter Laskaris ihnen in seinem Etablissement bereit. Da bei uns die traditionelle Woche, die Energiewoche eine schwache Woche ist, wo die meisten Männer mit der Familie auf Urlaub sind, die Damen auch auf Urlaub sind, habe ich gesehen, dass ich ein Potenzial habe. Ich habe viele freie Zimmer und habe gesagt, stelle das auch zur Verfügung. Und auch am Wochenende bleiben Schlafplätze unter einem warmen Dach lebenswichtig, denn es bleibt klirrend kalt. In Wien fallen die Temperaturen morgen früh auf bis zu minus 12 Grad, ebenso in München. In Zwettl hat es gar nur minus 16 Grad, in Zürich bis zu minus 10 Grad. In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat es morgen früh nur minus 15 Grad. Hier bekämpft die Notenbank die Kälte auf ihre eigene Art. Sie gibt Geld zum Verheizen frei. Ihr Energiegehalt ist etwa der von Braunkohle. Wir verwenden sie, um öffentliche Gebäude, Kinderheime und andere soziale Einrichtungen zu heizen. Verheizt werden allerdings nur alte, ungültige vor Rind. Notwendig sein wird das noch bis Anfang kommender Woche. Erst dann wird es wieder wärmer. Gut für Mamedou Rustam. Wenn am Montag die zahlungskräftigen Kunden zurück ins Laufhaus kommen, muss er sich einen anderen Schlafplatz suchen.